Grüezi miteinander, ich bin heute wieder mit Marcel Käufler von IMEC und heute geht es um das Thema Verlustsschein. Normalerweise wird ja angenommen, dass eigentlich ein Gläubiger keinen Wert mehr hat bei einem Verlustsschein, wenn er er bekommt. Wie siehst du das? Ja, das ist tatsächlich so, sehr viele Gläubiger haben das Gefühl, dass ein Verlustsschein nichts mehr wert hat. Da sage ich natürlich ganz klar, das stimmt nicht. Statistisch gesehen sind wir bei einem Wert von 15%. Das kommt aber ganz darauf an, dass ein Verlustsschein bewirtschaftet wird. Unsere Erfahrung zeigt, dass man bei der Bewirtschaftung, wie wir sie machen, rund 30% wieder Einbringlichkeit liegt. Cool. Wie realisiert man das genau? Ja, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ansätze. Für uns ist wichtig, dass wir alle Forderungen wirklich aktiv bewirtschaften. Also die Schuldner werden regelmässig kontaktiert. Wir nehmen auch immer wieder Bonitätsprüfungen vor und wir sind sehr nahe an den Schuldner dran. Das heisst einfach, dass wir meistens versuchen, den persönlichen Kontakt zu herstellen, weil die Schuldner schätzen das eigentlich, wenn sie im fairen Kontakt mit uns sind und einen näheren Austausch haben. So melden sie sich dann teilweise sogar auch von alleine, wenn sich die finanzielle Situation verbessert. Okay. Hast du irgendwelche Insider-Tipps, die jetzt an den Gläubiger kannst du geben? Ja, also sicher. Was bei uns einen grossen Erfolg hat, ist eben sämtliche Kommunikationswege ausnutzen. Also wir kontaktieren unsere Schuldner logischerweise per Briefpost. Das ist aber so etwas, die da, was immer mehr abnimmt. Wir wählen den Weg über Telefon, SMS, logischerweise immer unter Einhaltung vom Datenschutz. Und wichtig ist eben, dass man auch den Betreibungsweg dann auch wieder mal reaktiviert und überprüft, wie die finanzielle Situation aussieht. Und es ist halt einfach so, umso mehr, dass man die Forderung bewirtschaftet, umso eher wird der Schuldner reagieren und die Zahlung auslösen. Wenn er zehn Jahre lang nichts von uns gehört, dann kann man davon ausgehen, dass er hofft, dass die Forderung vergessen geht. Okay. Ja. Wenn man jetzt das 3 bewirtschaften lassen würde, also durch die MEG, was sind die Mehrkosten, mit denen man rechnen muss? Also bei einer Verlustschreibung können keine Mehrkosten erst schlagen. Wir übernehmen zu vollem Kostenrisiko. Es gibt auch keine Mitgliederbeiträge oder Ähnliches. Sondern man arbeitet auf reiner Provisionsbasis. Die ist auch über alle Gemeinden gleich. Und ja, dort ist es wirklich so. Wir sagen, wir sind zuversichtlich, dass wir einen Erfolg bringen können und darum sind wir bereit, auf reiner Erfolgsbasis zu arbeiten. Cool. Ab welchem Betrag oder Anzahl Verluste würdest du sagen, dass sich das lohnt? Ja, ich sage, jetzt in der öffentlichen Verwaltung lohnt es sich eigentlich fast immer, weil ja sehr selten nur ein Verlustschirm ist. Grundsätzlich ist das sicher ein bisschen fallbezogen, aber wir machen eigentlich sehr gerne ein Angebot, schon ab einer kleinen Forderungssumme, ich sage jetzt im 5-stelligen Bereich oder auch im 2-stelligen Verlustschirm, Anzahlsbereich. Okay. Ja, jetzt durch deine Erfahrung, wie lange würdest du sagen, dass es geht, bis man den ersten Erfolg hat? Ja, Garantie können wir da natürlich keine geben. Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben teilweise Erfolg nach 2-3 Tage. Teilweise geht es ein paar Monate, manchmal Jahre. Wie gesagt, Garantie gibt es keine, aber meistens führt es sehr schnell zu ersten Erfolgen. Es ist natürlich immer sehr abhängig, wie ist das Portfolio vorbewirtschaftet worden. Wenn länger nichts mehr gemacht wurde, kann man eigentlich davon ausgehen, dass man sehr schnell den ersten Erfolg erzielen kann. Okay. Jetzt zu der letzten Frage. Marcel, es wird ja normalerweise die Branche mit gewissen Vorurteilen behaftet. Bist du auch schon mal mit einem Baseballschläger bei deiner Schuldner vorbei gegangen, um deine Schulden zu treiben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die wird mir tatsächlich sehr oft gestellt und das ist eigentlich auch das, was mir mega wichtig ist. Wir arbeiten wirklich logischerweise nicht mit Baseballschlägern und auch nicht mit einer Pistole. Nein, wir arbeiten total seriös und da legen wir sehr grossen Wert darauf. Das ist auch klar für uns, dass unsere Kundschaft, die wirklich aus den sehr sensiblen Bereichen herauskommt, das erwartet von uns. Wir arbeiten wirklich zu 100% nach Gesetz, nach den gesetzlichen Vorschriften. Nutzen aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die führen sehr stark aus, also gehen wirklich bis an die Grenzen, wo das Gesetz vorgesehen hat. Aber wir gehen auf keinen Fall darüber aus. Okay, cool. Ja, danke vielmals Marcel und danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald wieder. Merci auch. Bis bald wieder.